die jahre leute und herzlich willkommen zurück zu kirby mal wieder und ja wir machen jetzt mal wieder mit äh such-me wir waren ja letztens stehen geblieben im zuckerpark hoffentlich schaffe ich diesmal alle ich habe ganz mal geguckt wo die alle waren ja leute so gucken wir mal wo sie sind stelle ich habe schon ganz gut die 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 da ist okay den haben gut das hätten ab nach unten okay jetzt wo ist denn die kumbo ist der nächste kommen schon 3, super ey, wieso hackt das jetzt so ne, da ist nichts ich kann nur noch ins sehen, dass da jetzt hier die 2 unten waren ok ok, Leute, wir haben es geschafft wir haben wieder einen weiteren Stoff, jetzt will ich nur noch 51 ja, ich hab mal nachgeguckt 52 haben wir uns noch vorher gefehlt ja, jetzt sind wir noch 51 sobald wir den jetzt bekommen so Leute, genau, ich geh mal ab ins Dorf, der Musik ja, ab eins versteckt sich hier gleich das zweite hier das dritte hier ok ok Leute, Neustadt, nochmal schnell und zwar äh, hab ich jetzt also ich weiß erstmal wo sie sind und das nochmal ganz schnell und der hätte das auch geschafft so so Leute, Scheiße neustadt, was ist denn das für ne Scheiße das ist ja super schwer den einzubekommen den müssen wir gleich so äh, gleich am Anfang machen ja so machen wir das ganz nochmal ok ja 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 super so ey, es gibt ein neuer Level für Versteckspieler auf geht's ok, wir haben alles gefunden, bravo jep plätschelstrahl ja ja plätschelstrahl was gibt's im plätschelstrahl zusammen suchen natürlich hey, wo versteckt sich das da? gut, den hätten wir auch so, den dritten hätten wir auch Okay, was ich will so nicht diese woher myklaas kann ich besser sind sehr ruhig nö 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 ist Leute, Alter, wo ist der? Haha, ja, monikivierten. Monik 5. müsste aber auch irgendwo hier sein. Ist ja merkwürdig schon. nicht müssen wenn ich ein Lernchen verpasst die ah nirgermeister noch mal zurück das ist wirklich irgendwo versteckt haben ganz leise und klein nicht vielleicht bin ich da das Ding nehmen das können ne was auch nicht verdammt da wo ist denn das ne 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 Leute haben mich gefunden ne wo könnte denn denn bloß sein noch einmal versuchen jo es wird es wird wirklich noch ein paar Ports geben mit Kürbiger zu typisch lang nach längst nicht zu Ende ne Leute hier unten haben wir ganz vergessen zu suchen so schnell auf die Schulköte drauf komm komm Schütti so so yes das hätten wir auch ok ok ja ja haben wir jetzt wieder ihn vergessen ne haben wir schon wieder ihn vergessen ach das gibt es doch nicht das könnte mich langsam aufregen wo kann denn bloß sein wo kann denn bloß sein den einen haben wir noch vergessen wo ist denn der für immer kann denn ach genau da unten ok ramsa alle 5 Ja, Leute, wir haben sie und fertig. Okay, Leute, das ist so. Ich will einfach mal diesen Portum nicht mal so viel sprechen. Ähm, man kann mal in diesem Port mal meine Stimme auch kurz ausruhen und ja, deswegen. Ja. Okay, den ersten halt mal. Lass mal auf den Meeresboden gucken. Aha, hier ist kleiner. Eigentlich glaube ich hier muss inner sein. Ach, vielleicht auf dem Schiff oder so, ja. Oder mit, der schon vielleicht mit den Fischen wird. Nee, auch nicht. Ja. 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 Jetzt aber auch keiner wieder mehr, außer einer. Ich sag mal, mal zwei ist ja schon mal so gut. Aber, ah. Okay, jetzt haben wir drei Okay, dann hätten wir auch Ja, ist es okay noch? Wo ist denn jetzt der nächste, der letzte? Okay, wir haben alle Dass der von Danny verschlungen wurde Und 376 Perlen, super Okay, jetzt gibt es wieder ein neues Versteckspiel So, weiter geht's Winter warten lang Wieder mal fünf Dinger finden Und ja, dann haben wir es geschafft Der erste haben wir schon erwischt Okay, den halten wir auch Nein, weiß ich nie Nee, ich auch nicht Ich hasse ja mal diese Zeitspieler, aber wie soll sonst die? Okay Okay, der hat Schuh gewärmt Ja Ich habe irgendwo viel genau erinnern, den müssen wir auch bekommen Egal wie Oh, ich weiß nicht, die Zeitspieler Ja, da habe ich es eben nicht mehr gefunden Ach, da unten ist er, okay Noch einmal versuchen Der war unten am Zauber Das müssen wir es mal sehen Ach, scheiße Ach, scheiße Der war das noch nicht, das Brötter Dann kommt noch der her Und dann kommt noch Ach, kein Ok, wir haben es geschafft! 125 per an, Super! Hey, es gibt einen Versteckspieler und blablablabla. Weiter geht's! 22 Minuten nehmen Schaltdurchs auf. Und, ja! Schade der Zukunft. So Leute, ja. Schade der Zukunft. Gut, das hätten wir auch. Das wäre der erste. Aber auch immer alles kaputt machen. Man weiß ja nie, wo der andere ist. So. Okay. Okay. Dann müsste ich hier runter geflogen kommen. Ah, verdammt. Okay, ich habe mich erwischt. Jetzt muss ich noch mal wieder so einen anderen schnappen, um das hier weiter zu kommen, weil der versteckt sich ohnehin. Okay. So. So viele haben wir schon mal. Okay, da war auch noch einer versteckt. Cool. Okay, Leute haben es geschafft. Wir haben alle wieder alles suchen wie es gefunden. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch abonnieren würdet und mir einen Daumen nach oben geben würdet. Bis später. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Achso. Ich zeige euch bis noch, wie das schnelles Ding ist. Den Stoff. Ich werde der Zukunft einmal erhalten. Warte mal, ich gebe dann wieder Mühe. Okay. Gut. Okay, Leute. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao.